Hast du einen Gummi? Warte mal. Schön hochhalten, ne? Das ist jetzt eine Geige. Können wir mal was anderes? Gitarre. Mach mal Gitarre. Das ist Gitarre. Das ist also diese Gitarre. Wow. Ich bin begeistert. Wenn ihr auch mal ein Instrument gebaut haben wollt von Titus Walden Fels, ruft einfach an. Unglaublich.